Willkommen. In diesem Video geht es um die Themenbeschreibung zur Projektarbeit. Das betrifft den Betriebswirt IHK und den technischen Betriebswirt IHK. Denn das Prozedere ist, dass man zunächst im Prüfungsausschuss, also bei der Kammer, ein Thema einreicht. Und das Thema, das man einreicht, besteht aus dem eigentlichen Thema, der Themenbeschreibung und einer Grobgliederung. So ist das Vorgehen bei so ziemlich allen Kammern in Deutschland. Also halten wir das fest. Das erste ist das Thema. Das Thema ist der Titel der Arbeit. Thema ist der Titel und dieser Titel erscheint auch auf dem Zeugnis. Dieses Thema, dieser Titel ist gleichzeitig ein Versprechen. Das heißt, man muss das liefern, was man im Titel verspricht. Wenn man eine Entscheidungsgrundlage verspricht, muss am Ende der Arbeit logisch eine Entscheidung abgeleitet sein. Wenn man ein Konzept verspricht, muss in der Arbeit ein Konzept sein. Das zweite Element dessen, was man einreichen muss, ist eben diese Themenbeschreibung. Und darum geht es in diesem Video. Es geht also weniger jetzt hier um das Thema. Aber ich will der Vollständigkeit halber noch sagen, dass das dritte Element die Grobgliederung ist. Damit der Prüfungsausschuss sich so ein Bild machen kann, wie so ungefähr man sich den Ablauf der Arbeit denkt. Unser Fokus liegt aber hier bei der Themenbeschreibung. Was muss in die Themenbeschreibung? Es sind drei Dinge. Wo? Was? Und noch einmal was? Was heißt das? Das Erste, was man dem Leser mitteilen muss, ist, wo man sich befindet. Es kommt immer darauf an, den anderen da abzuholen, wo er steht. Und Sie, die Sie Ihr Thema einreichen, Sie arbeiten jeden Tag in diesem Unternehmen. Sie kennen dieses Unternehmen, sind vielleicht schon ein paar Jahre da. Und Sie wissen ganz genau, um was es geht. Aber der andere, der das beurteilen muss, der weiß ja noch nicht mal, was in Ihrem Unternehmen überhaupt. Der kennt Ihr Unternehmen nicht. Was da abläuft, weiß der nicht. Also das Erste ist das, wo sind wir? Das heißt, Sie stellen kurz Ihr Unternehmen vor. Und wenn das nicht von vornherein alles klar ist, schreiben Sie auch kurz, welche Branche. Also Unternehmen und Branche. Um was geht es denn da überhaupt? Wo sind wir? Wo sind wir? Was ist das? Und vielleicht, in der Projektarbeit muss es auf jeden Fall rein. Hier vielleicht kommt auf den Einzelfall an, dass man auch eine Vorstellung hat, ist das ein kleines Unternehmen, ist das ein großes Unternehmen. Ja, aber auf jeden Fall, die Branche und das Unternehmen sollte man nennen, damit der andere weiß, wo er ist. Und dann das Was. Und zwar das Was bezieht sich auf das Problem. Was ist das Problem? Ja, zum Beispiel, der Ablauf, ein bestimmter Ablauf, sagen wir zur Befriedigung eines Kundenauftrags, dauert zu lange. Und Ihr Thema ist Konzept zur Beschleunigung des Prozesses der Kundenabwicklung. Um mal eben hier was aus der Hüfte zu schießen. Ja, das ist Ihr Thema. Das heißt, Sie versprechen ein Konzept. Ihre Arbeit muss also dieses Konzept liefern. Und das Problem ist, dieser Ablauf, dieser Prozess dauert zu lange. Also wo sind wir? Was ist das Problem? Und was wollen Sie tun? Ja, was will ich tun? Das ist das Dritte. Das Dritte hier, wo, was, was, also das Zweite, was, bezieht sich darauf, dass Sie schreiben, in dieser Projektarbeit soll ein Konzept entwickelt werden, um den Prozess der Abwicklung dieses Kundenauftrags zu beschleunigen. So, das ist dann im weitesten Sinne etwas, was man der Organisationslehre zuordnet, der Ablauforganisation, moderner Prozessorganisation genannt. So, und das sind die drei Dinge, die in die Themenbeschreibung gehören. Was gehört da nicht rein? Die Geschichte des Unternehmens gehört da nicht rein. Irgendwelche Ausschweifungen über Sie selber gehören da nicht rein. Ja, sondern nur, wo bin ich? Was ist das Problem? Was will ich tun? Das ist eine gute Themenbeschreibung. Das Ganze sind sechs bis sieben Zeilen etwa. Ja, das Thema sollte eine Zeile sein. Ja, Themen, die über zwei Zeilen gehen, sind oft nicht gut formuliert. Die Themenbeschreibung fünf, sechs, sieben Zeilen und die Grobgliederung fünf bis sechs Hauptpunkte. Ja, also, Thema, eine Zeile. Themenbeschreibung fünf bis sieben Zeilen etwa. Oft haben Sie da auch Formulare, wo Sie eine gewisse Platzvorgabe haben, von der Kammer schon vorbereitet. Da sehen Sie, dass Sie da keine Romane schreiben können. Und die Grobgliederung fünf bis sechs maximal Hauptpunkte. Ja, eine Grobgliederung, was ist das Grob hier? Das heißt, es sind Hauptpunkte. Ich bin ein Fan von fünf. Ich habe auch schon Arbeiten betreut, wo sechs Punkte waren, die gut bewertet wurden. Ja, aber mehr als sechs Punkte würde ich nicht machen. Es gibt eine einzige Kammer, von der ich weiß, die sagt, es sollen sechs bis acht Punkte sein. Ich halte das für absoluten Blödsinn. Aber dann muss man sich natürlich daran halten. Aber dann sollte man sehen, dass man mit sechs Hauptpunkten durchkommt. Wenn jemand mit acht Punkten kommt, die er als Hauptpunkt kennt, sei ich, nicht als Unterpunkt, sondern als Hauptpunkt, dann stimmt normalerweise was mit der Systematisierung nicht. Ja, also fünf ist ein guter Wert. Okay, das war's zur Themenbeschreibung. Alles Gute, viel Erfolg. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.